Eine kleine Testfahrt für die neuen Oberleitungen und damit Hallo und herzlich Willkommen, lieber Kollege. Zwischen Tutzing und Garmisch-Partenkirchen werden neue Oberleitungen verlegt, da die alten schon in die Jahre gekommen sind. Der Regelbetrieb kann aber erst wieder eingeführt werden, wenn die neuen Oberleitungen komplett getestet wurden. Fahre heute einen Testzug von Pasing nach Garmisch-Partenkirchen. Du hast hinten dran einen ehemaligen Regiowagen, der zum Messwagen umgebaut wurde. Außerdem hast du noch drei Flachwagen hinten dran, die wieder nach Garmisch-Partenkirchen gebracht werden müssen. In Starnberg musst du noch auf eine Regionalbahn warten, die deinen Fahrweg blockiert. In Tutzing musst du ebenfalls einen kurzen Halt einlegen, da dort die Techniker zusteigen und der Streckenabschnitt noch belegt ist. Nach Tutzing hast du dann aber die ganze Strecke für dich. Fahre, sobald die Ausfahrt gewährt wird. PZB, Zugart O, Höchstgeschwindigkeit 160 km pro Stunde und eine gute Fahrt wünscht der Think New Flanio und natürlich der Malte Jensen, von welchem dieses Szenario gebaut wurde. Ja, wie schon vorgelesen, steht hier vor uns die Baureihe 182, in dem Fall von DB Regio, müsste auch irgendwo an der Seite noch dran stehen. Genau, DB Regio AG aus Cottbus. Also die Lokmotive hat einen etwas weiteren Weg hinter sich gebracht, um hier bis nach Pasing, bis nach München herunter zu kommen. Hinten dran, wie gesagt, der Regiowagen und die drei Flachwagen und ich würde mal sagen, wir steigen hier in Pasing in unser gutes Schmuckstück ein und sind heute im Dienste von DB Systemtechnik unterwegs und werden dazu diesen Messzug, ja, hoffentlich erfolgreich an sein Ziel bringen, nämlich bis nach Garmisch-Partenkirchen. So, im Führer schon angekommen, drehen wir uns mal ganz kurz um zur Batterieschalttafel. Dort betätigen wir den Batteriesteuerschalter, schalten damit unsere Batterien ein und der Batteriehauptschalter, der fliegt dann direkt hinterher. Wobei, der ist ja schon in Automatikstellung, also, ja, der soll das automatisch übernommen haben. So, Strom- und Nimmerwahlschalter, wir sind im Führerraum 1, aktivieren also den Strom- und Nimmer auf der Seite 2. Bremsart G, Hochabbremsstellung kann eingestellt bleiben, Federspeicher bleibt noch angelegt, die Türsteuerung fällt bitte auf DB, wir haben nämlich deutsches Wagenmaterial hinten dran und wir möchten drei weiße Spitzendichter an der Front, unser ZG1. So, dann können wir uns hier umdrehen, wir gucken dann gleich noch mal nach hinten. Der Fahrtrichtungswender geht in die Stellung M, damit die Systeme aktiviert werden. Als nächstes können wir schon das Licht im Führerraum anknipsen, oder zumindest die Fahrplanleuchte und das Instrumentenlicht mit der Taste I. Weiter geht's unter den Funktionen. Wir möchten hier ganz gerne die E-Bremserhöhung haben, einschalten und mit der E-Taste quittieren. Der Railjet-Betrieb bleibt natürlich aus, UEC-Nachschiebebetrieb ebenfalls, Waschfahrt haben wir auch nicht, Beladefahrt haben wir nicht, Oberstrombegrenzung brauchen wir nicht. Kann also alles so bleiben, wie es ist. Oberstromlimit wollen wir ja nicht haben, oder beziehungsweise, ja, mehr als 600 Ampere ziehen wir hier eh nicht raus. So, System würde ich ganz gerne auf Deutschland umstellen, auch wenn das jetzt keinen allzu großen Unterschied macht, ob DB oder ÖBB. Ah, da kommt gerade der Bob reingefahren, oder ne, die BRB, die Bayerische Regionbahn. Gut, dann würde ich mal sagen, Stromabnehmer auf, und dann kann es eigentlich auch gleich schon losgehen, ne. Zack, der kommt oben dran, 15 kV werden uns angezeigt, naja, 16, passt aber auch. Dann Hauptschalter rein, achso, ne, wir müssen warten, bis das hier blau geworden ist. Zack, und jetzt kann man einen legen. Dann, Türen gehen bitte auf zu. So, die BRB fährt gerade ab, davon lassen wir uns aber nicht stören. Der Fahrtrichtungswender geht, ne, noch nicht nach vorne, wir müssen erstmal mal ganz kurz rüber in den Maschinenraum. Da würde ich nämlich ganz gerne noch die Notbremsschleife deaktivieren, also die SIFA, und dann noch austesten, ob PZB und LZB aktiv sind. Ja, Zuggewicht 235 Tonnen und Zuglänge 105 Meter. Das gefällt mir für so einen Testzug. Da haben wir dann wahrscheinlich ein wunderschönes Beschleunigungsvermögen. So, Zugsammelschiene, ja, können wir einschalten heute, damit die Techniker dann hinten auch Licht im Zug haben. So, Zugart, würde ich mal sagen, sind wir heute ganz flott unterwegs. Zugart O, wir haben ja auch VMAX 160. Das wäre die einzige Möglichkeit, die wir hier also auch auswählen könnten. So, geht in Lösestellung und dann fahren wir ab, würde ich sagen. Nach vorne, Federspeicher lösen. Genau, AFB holen wir uns dann hinzu. Ausfahrt mit 60, wir können uns also auch gleichzeitig aus dem Startprogramm der PZB befreien. Wir verlassen den restriktiven Modus. Oder möchten damit gar nicht erst anfangen. So, und dann geht's auch aus Pasingen. Ja, die BRB darf doch noch nicht ausfahren, obwohl die gerade eigentlich schon, ja, freie Fahrt bekommen hatte. Aber scheinbar hat der FDL da den Signalbegriff zurückgenommen. Da dürfen wir als Testzug vorausfahren. So, 60 und dann 100 für uns. Ja. 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 Und freie Fahrt. Grüß dich, Kollege. So, schön hoch auf die 100. Und ich glaube, gleich können wir sogar auf 120 bzw. 140 dann schon. Die Ausfahrt gegen Garmisch war ja etwas schneller. So, lassen wir ihn rollen. Und mal ganz kurz zwischenspeichern noch. Genau, 160 dann hier vorn. Ja, top. Da können wir einen Knüppel auf den Tisch legen. Oh, das fetzt mit der Zugkomposition echt geil. Unglaublich viel Power. Und schöne Höchstgeschwindigkeiten. Jetzt können wir auch hier mal die Fahrplanleuchte deaktivieren. Jetzt scheint das Licht sowieso von vorne hinein in den Führerraum. Ja. Und jetzt können wir auch hier mal die Fahrplanleuchte deaktivieren. Na, 160 wollte ich doch. Nicht nur 150. Das ist noch keine lahme Ente. So. Und dann schnappen wir uns da tatsächlich mal noch die AFW hinzu. Die geht ganz nach vorne. Fahrschalter in Nullstellung. Und dann hier unten einmal den Bedienknauf für die AFW umgelegt. Zack. So. Volle Kraft voraus. Genau. Aus Richtung München kommen wir jetzt. Die Fahrt führt uns dann eben bis nach Tuzing, wo wir erstmal unsere Techniker aufnehmen werden. Und der, ich glaube, gesamte viergleisige Abschnitt hier ist jetzt dauerhaft mit 160 zu befahren. Und dann, wenn es zweigleisig wird und dann eben abzweigt in Richtung Starnberg, da müssten wir dann wieder etwas langsamer unterwegs sein. Genau. In Starnberg ist auch erstmal ein Halt geplant. In rund 15 Kilometern. Ja, ganz kurz nochmal was zum Szenario. Ich hatte es am Anfang schon erwähnt. Das stammt von Malte Jensen. Lieben Dank auch an der Stelle für die Bereitstellung des Szenarios. Wer das Ganze nachspielen möchte, auf seinem heimischen Rechner, Home-PC, wie man es nennen mag, der findet das Szenario auch auf der Kanalwebseite. Unter www.thinknewflynew.de wurde freundlicherweise an der Stelle bereitgestellt. Dort einfach unter der Rubrik Rubrik Szenarien nachgucken und dann eben das Szenario mit dem Namen Testfahrt für die neue Oberleitung. Da findest du das in dieser Form. Die Strecke selbst München-Garmisch-Partenkirchen in der Deluxe-Variante. Und die Lokmotive ist die Taurus-Lok vom RWA Railjet. Railjet Advanced besser gesagt. Erhältlich bei, ich glaube, Just Trains. Genau. Jetzt müsste er eigentlich der einzige Anbieter sein, wo man den Railjet aktuell bekommt. Oder anders, mir ist zum aktuellen Zeitpunkt kein anderer Anbieter bekannt. Und ja, das Wagenmaterial hinten dran von TTB, beziehungsweise 3D-Zug. Davon müssten die Flachwagen nämlich stammen. Und ja. Genau, das passiert, wenn man nicht vorne rausguckt. Da stand mal ein Signal dran. Ja. Halt erwarten, Weiterfahrt. Hä? Halt erwarten. Mit Weiterfahrt 60? Okay. Ja, war auf jeden Fall gerechtfertigt. Das passiert eben, wenn man nicht vorne rausguckt. Hätten wir doch direkt für die Testfahrt hier noch eine kleine Zwangsbremsung mit drin. Aber leider sind ja die Techniker nicht drin. Sonst hätten sie gleich mal so eine Schnellbremsung mit überwachen können. Ob das alles von den Parametern her stimmt. So, einmal auslösen. Und dann dürfen wir es anfahren, neu üben. Fahrschalter in null Position. So. Und wenn die Bremsen gelöst sind, dann geht's los. Und zwar jetzt. Das Schöne ist, wir stehen jetzt schon unmittelbar vor dem Hauptsignal. Bekommen da eben die Weiterfahrt mit 60 signalisiert. Und können uns deswegen eigentlich auch schon aus der Restriktion befreien. Ganz wichtig. Ach, die V-Sorsteller sollten wir nach 100 ziehen auf 60. Und von jetzt an bitte Blick geradeaus. Und nicht die ganze Zeit nur von außen auf die Lokmotive gucken. Und ich muss halt immer wieder die Erfahrung machen. Ja, bei 160 sollte man wirklich im Führerstand drin sitzen bleiben. Da kommen die Signale so schnell auf einen zugeschnellt. Und nicht mal eben nach draußen lunzen. Das ist jetzt hier bei 60 km pro Stunde was anderes. Da kommt nicht so schnell plötzlich ein Signal, was da auftaucht. Aber auch da, gerade wenn man nebenbei noch plappert, da wird das manchmal schwierig. So, was mit dem Kollegen hier drüben los ist, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß eins, dass da hinten dran die noch alte Variante der 111er hängt. Mittlerweile ist hier von Virtual Railroads schon die 2020er Version erschienen. Da gab es ja so ein kleines Refresh für die 111er. Was sich ja eigentlich auch ganz interessant fährt. So, freie Fahrt und dann die 140. Ja, ein Aufnahm mit den Geschwindigkeiten hier. So, und wenn wir aus dem weichen Bereich raus sind. Wobei, hier stehen ja schon die 140. Dann können wir eigentlich aufschalten. Und zack. Flup. Einmal den Hebel auf den Tisch legen. Und diesmal bleiben wir schön aufmerksam. Ja, das ist wirklich eine Sache, die hätte man im Taurus hier noch ein bisschen besser machen können. Die frühere Raumbeleuchtung. Das wirkt so grell, dieses Licht irgendwie. Und dieser Hochglanz-Effekt, der ist halt auch dann ein bisschen unpassend, finde ich. Hä? Hä, was ist denn? Hä, hier standen doch gerade die Vorsignalbarten. Hat die eine umgedreht oder wie? Wahrscheinlich. Hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Da steht gar kein... Nicht mein Hauptsignal oder irgendwas? Na gut. Hat einer die Signale geklaut oder... Was ist denn da los? Sehr komisch. So, wir prüfen diesmal den Fahrweg. Hey, da vorne schon wieder. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Also irgendwie fehlen da Signale auf der Strecke. Aber wo sind die hin? Sehr mysteriös. Wir gucken mal bis Starnberg. Ob das da jetzt öfters auftritt. Aber das hatte ich doch sonst nicht. Und vor allem fehlen die auch nur irgendwie in unsere Richtung. Die Signale in der Gegenfahrrichtung sind alle da. Das ist ja jetzt ganz mysteriös. Weil das wäre hier auch ein sehr, sehr, sehr großer Streckenblock. Oder Signalblock. So komplett ohne Signale. Von der... Vom Anfang der Zweigleisigkeit. Dann bis nach Starnberg wahrscheinlich durch. Das wäre für die Streckenkapazitäten nicht so gut in echt. Vor allem in der Gegenrichtung stehen lauter Signale. Wieso bei uns nicht? Da unten kommen jetzt wieder welche. Dann bekommen wir auch eine Langsamfahrt. Na. Okay, dann nicht. So. 40 warten. Ja, jetzt geht's. Ja, Luftdruckbremse können wir schon mal auslösen. Die E-Bremskraft vom Tauros sollte mit der E-Bremserhöhung soweit ausreichen, dass wir den Zug derartig stark runterbremsen können. Und hier vorne gibt's dann bestimmt gleich für uns Halt erwarten. Denn wir hatten ja einen geplanten Halt in Starnberg. Genau, Halt erwarten. Weiterfahrt mit 40. Ja, die 40, ne? So, die E-Bremse ist wieder eingekuppelt. Ja, das ist schön, wirklich. Wenn die E-Bremserhöhung eingeschaltet ist, dann haben wir so viel Bremsvermögen mit der E-Bremse. Das macht richtig Spaß. Gerade bei so einem kurzen Wagenzug hinten dran. Das ist toll. So, das Hauptsignal müsste ja entweder am Bahnsteigende stehen oder unmittelbar auf dem Bahnsteig. Verkürzte Signalabstand. Ne, äh, Vorsignal wiederhole. Wieso haben wir da jetzt doch freier Fahrt? Wir müssen trotzdem in Starnberg anhalten. Hier ist ein Halt geplant. Ja, irgendwie erscheinen hier auch ein paar Fahrzeuge nicht. Ja, das wird heute hier wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Testfahrt. Ich kann mir gerade überhaupt nicht erklären, wieso denn hier sämtliche Fahrzeuge nicht angezeigt werden. Ich habe alles installiert, was für das Szenario benötigt wird. Ist auch alles in Räumaterial vorhanden. Dann fehlen hier auch, wie gesagt, teilweise die Signale, was ich jetzt überhaupt nicht verstehe. Die Strecke ist da jetzt schon so lange hier auf dem Rechner drauf und die sind wir auch schon so oft gefahren und hatten da eigentlich keine Probleme. Wobei mir fällt gerade auf, irgendwie sind das ja auch nicht die normalen Signale, wie man sie bei München Garmisch Deluxe erwartet. Das sind ja sogar noch die Standardsignale. Also dahingehend stimmt irgendwas mit den Signalen vielleicht nicht, dass ich da das Update nochmal installieren muss. vielleicht hat mir da bei dem letzten Steam-Update vielleicht hat es mir da irgendwas zerschossen auf dem Rechner. Da müsste ich persönlich einfach nochmal nachgucken und vor allem nachinstallieren. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber es klappt schon. So, raus geht's mit 40 und die Lokmotive begrenzt uns auch bei der Restriktion. Hier unten ins Wechsel blinken. So, das Coole ist jetzt, wir können gleich wieder auf Höchstgeschwindigkeit hoch. Nehme ich dann die 80. So. Und Hebel auf den Tisch. Total geil. So macht Eisenbahnfahren echt Spaß. Einfach mal was Außergewöhnliches fahren. Eben sowas hier wie so eine Testfahrt. Fährt man ja jetzt auch nicht alle Tage. Es sei denn, man arbeitet bei DB Systemtechnik. Wobei die ja wirklich sehr interessante Sachen haben. Ob das jetzt irgendwelche Messfarben sind mit überhöhten Geschwindigkeiten. Ob da ja irgendwelche Gleistechnik überprüft werden muss. Ob das ja Fahrwegsprüfungen sind etc. pp. Das ist ja alles ziemlich spannend wie ich finde. Oder auch sehr schön die einzige 120er die Stand 2021 noch in Betrieb ist. Die Baureihe 120 ich glaube Loknummer 502 Nehmein. Das war sie nicht. Auf jeden Fall eine Lokmotive gibt es noch bei DB Systemtechnik oder bei DB Netz aus der 120er Serie. Die Loknummer habe ich jetzt vergessen aber eine ist noch da. Die konnte ich tatsächlich auch schon live in Aktion sehen. War wirklich wunderschön einfach nochmal diese Lokmotive anfahren zu hören. Der Anfassound echt ja typisch 120 halt was soll man sagen. Mann habe ich mich an dem Tag gefreut echt die Lokmotive nochmal in Aktion zu sehen echt geil. Weil wenn man es so möchte sind die 120er ja wirklich dann relativ schnell eigentlich auch verschwunden. das waren ja gar nicht so viele Jahre über die quasi die Ausmusterung hinweggezogen wurde. Also die Einsatzzeit natürlich von der 120er die war schon ziemlich lang. Die hat wirklich viele Jahre im Reiseverkehr im Fernverkehr gedient. Ob das jetzt unter dem Logo der Deutschen Bahn AG war oder unter dem Logo der Deutschen Bundesbahn ist ja jetzt mal dahingestellt. War ja bei beiden ja Unternehmen wenn man so will sehr 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 lange und auch als Dauerläufer wirklich im Einsatz. Und hier fehlen schon wieder Signale. Ach ne doch da kommt es. So langsam fahrt mit 110. einmal kurz und knackig reingebremst. Ja und aktuell ist er eben unterwegs mit ein paar Messwagen hinten dran. Das war auch sehr sehr interessant anzusehen. hinten dran hing an dem Tag einmal ein gelber ehemaliger Gepäckwagen und ein ja Intercity-Steuerwagen mit dem dann quasi ja die Wendezugfahrt durchgeführt werden konnte auch. Was ich persönlich noch sehr sehr gerne gesehen hätte wäre die 120 in der ja DB Netzfarbe nämlich die knallgelbe Lokmotive das wäre echt noch was da hätte ich mich gefreut und halt erwarten da wird es auch schon gelb für uns. So der Tausende kommt und dann schön mit der E-Bremse nachjustieren. So auch immer gucken nicht dass wir hier gleich auf dem 500er auffahren ich glaube da vorne kommt nämlich schon das Hauptsignal. Das ist jetzt eben nur die Frage haben wir schon freie Fahrt? Nein haben wir nicht. Dann E-Bremse voll rein. Ja jetzt ist die Frage müssen wir hier kurz stehen oder sollten wir direkt schon zum Telefon greifen und bei der Fahrtdienstleitung anrufen. Lassen sie mal noch rollen dann hätten wir zumindest den Vorteil wenn das Signal jetzt wirklich noch auf Fahrt umspringen sollte dann könnten wir eben weiterfahren ohne den Anfahrwiderstand erneut überwinden zu müssen. Wobei das das Gekrieche macht jetzt auch keinen Sinn ne? Tatsächlich da kommt die die Lockbremse schon mit rein die AFB Haltebremse reagiert da vor Tuzing war ja was angekündigt ne? Ankunft 14.24 und 26 Abfahrt haben wir noch gut dreieinhalb Minuten aber es sind auch noch 3,8 Kilometer dann machen wir es mal so wir klingeln doch mal beim Fahrdienstleiter durch und er sagt wir dürfen nicht weiter na gut dann ist das so wir stehen am Signal 00 das ist auch natürlich wieder sehr von Vorteil wenn da keine Signalbezeichnungen dran stehen was sagt denn der Fahrweg der Fahrweg sagt dass er frei ist nein da steht was da steht was vor uns was keine Einfahrt bekommen hat und die Fahrt führt für den wahrscheinlich ins Gegengleis aber wieso fährt der Kollege nicht weiter müssen mal gucken weil es könnte jetzt auch sein dass das ein Fehler im Simulator ist er bekommt keine Einfahrt wieso bekommt er keine Einfahrt weil da komischerweise was aus der Gegner Richtung angekündigt ist Na gut dann stehen wir erstmal hier bis es weiter geht dann müssen wir uns wirklich mal einen Moment gedulden und können erst dann weitermachen wenn die Strecke frei ist ist wie in echt wenn es auf der Strecke klemmt dann klemmt es eben wir können ja derweil mal ganz kurz hinten zu den Wagen schauen die haben wir uns nämlich noch gar nicht so richtig angeguckt hinten haben wir nämlich diese ich glaube modernisierten Regiowagen oder den modernisierten Regiowagen und typische Innengestaltung halt hier vorne diese Fahrradabstellplätze Mehrzweckabteil und dann hier die einzelnen unterteilten Sitzbereiche typische Sitzbepolsterung also dieses ja cyanfarbene Stoffkleid was über die Stühle rübergezogen wurde und ja hinten dran eben die Flachwagen noch wahrscheinlich die FS Flachwagen oder nee RS genau wobei 120 also eigentlich nichts da mit 160 Höchstgeschwindigkeit ne das ist ein bisschen schnell eigentlich für unseren Zug ja das wurde wahrscheinlich bei der Szenariowahl oder bei der Wagenauswahl nicht bedacht ja aber egal wird schon so klappen immer noch keine Ausfahrt ach hier guck mal jetzt kommt der Bauzug eingefahren der wird wahrscheinlich in Tuzing dann eben auf Gleis 4 fahren oder nein er wird durch die weichen Verbindungen auf das Gegengleis wechseln also ins eigentliche Richtungsgleis das tut er auch entweder hält er ein Tuzing auf Gleis 1 aber so viel Geschwindigkeit wie der drauf hat da fährt er durch so demnach sollte dann der Talent 2 hier gleich Freifahrt bekommen und in den Bahnhof einfahren dürfen aber wahrscheinlich auch erst dann wenn der Zug genau den Bahnhof verlassen hat weil er so lange wahrscheinlich diese weichen Verbindungen noch blockiert und wenn er dann aus dem Signalblock raus ist sollte die Hamsterbacke vorziehen dürfen und wenn die Hamsterbacke hier über das Signal drübergefahren ist dann können wir nachkommen so der kriegt jetzt grün wir schalten jetzt nochmal um in den Realitätsmodus fliegen ganz kurz nach vorne so dann sehen wir wenn der Zug hier am Signal vorbei ist und das ist er jetzt dann sollten wir genau naja freie Fahrt eigentlich ja gut wenn da nochmal ein Vorsignal steht dann ist Freie Fahrt richtig genau und dann können wir bis zum Hauptsignal vorschleichen denn erst dann wird der 500 Hertz Gleismagnet ausgehen oder der Leuchtmelder von 500 Hertz Gleismagneten und deswegen beschleunigen wir maximal auf 20 zack so schön die Geschwindigkeit im Auge behalten so 500 ist aus wunderbar dann können wir doch wieder die Geschwindigkeit hochziehen so jetzt haben wir es allerdings schon 26 und damit haben wir quasi ja Verspätung eingefahren so volle Kanne und dann befreien wir uns hier natürlich noch aus der Überwachung oh guck mal was kommt denn hier eine schwarze äh eine schwarze 218er ja eigentlich soll die wahrscheinlich gelb sein aber hat so ein kleines Problemchen mit der Farbe keine Ahnung was in dem heutigen Szenario los ist alles durcheinander weil die Bauzuglocks von der DB Bahn Baugruppe oder eben von DB Netz die sind eigentlich gelb und nicht nur die Lüfter oder die Lüfter Einlässe ein sehr schöner Platz und 60 erwarten schön wir brauchen gar keine Luftdruckbremse mehr wir können alles mit der E-Bremse jetzt eigentlich machen so da wird ein Vorsignal Wiederholer kommen mit dem Kennlicht unten links genau und dann kommt das Hauptsignal und ab hier geht es mit 60 weiter genau in Hutzingen wird angehalten dort lassen wir unsere Techniker zu steigen denn die brauchen wir ohne die können wir unsere Messfahrt nicht durchführen in Tuzing auf Gleis 4 steigen die zu ach ohne Bahnsteig na gut so hallöchen die ganzen Helme grüß dich zack so einmal einsteigen die Türen gebe ich euch frei die werden jetzt zwar nicht öffnen aber zack so wer möchte kann also einsteigen ja so ein Zustieg muss nicht unbedingt immer am Bahnsteig geschehen also für Bahnbedienstete solange die unterwiesen sind wie sie sich im Gleisbereich zu verhalten haben beziehungsweise eben ja die dazu berechtigt sind sich im Gleisbereich aufzuhalten die können natürlich auch ja an einem anderen Gleis zusteigen was dann natürlich für einen gewöhnlichen Personenzug kein Plan halt wäre also dort würden keine normalen Passagiere zusteigen so dann würde ich mal sagen sollten jetzt eigentlich alle drinne sein die rein sollen und dann geht es für uns nonstop oder hoffentlich nonstop nach Garmisch-Partenkirchen Türen zu so Bremse ist wieder eingekuppelt wird gelöst und ab die Burst sehr schön echt ich mag diesen knallroten Taurus was noch genialer gewesen wäre wenn wir tatsächlich den gelben Taurus bekommen hätten von DB Netz der ja wirklich komplett gelb ist bis auf das DB an der Front und ich glaube an den Seiten das wäre nochmal echt cool gewesen so weichenbereich ist verlassen und wir dürfen 110 auf den Tarot hochbringen so da hinten wird jetzt ordentlich drinne gemessen und wenn die so eine Überprüfungsfahrt für die Oberleitung machen dann sind da sicherlich auch Kameras auf dem Dach von der Lokomotive installiert also so ist das zumindest bei den meisten Oberleitungs Prüffahrten damit man eben auch guckt okay stimmt da oben alles von der Bewegung des Fahrtraids über dem Schleifstück vom Stromaufnehmer ist da irgendwo übermäßige Funkenbildung zum Beispiel oder gibt es Stromaussätze alles solche Parameter was ist denn hier los hat es den Bahnübergang verschoben haben die den über Nacht umgebaut also echt ich glaube ich muss da nochmal so ein paar Sachen nachkorrigieren auf der Strecke na gut ja dann wird eben auch oft überprüft kann das nötige Oberstromlimit überhaupt erreicht werden also eine Art Lasttest dann auch noch allerdings brauchst du dann eben ja keinen Zugverwand der aus drei oder vier Wagen besteht und Lokomotive sondern dann eben wirklich schon ein bisschen mehr Hallöchen und ja übliche Fahrzeuge für solche Fahrten sind unter anderem der 612er von der DB Netz beziehungsweise Systemtechnik ja der ICES wenn es um elektrifizierte Strecken geht die ja im Geschwindigkeitsniveau über 160 zum Beispiel liegen natürlich kann der Zug auch da fahren wo es ja streckenseitig möglich ist aber klar Oberleitung wird hier vorausgesetzt die 111er könnte mit den ja mit den richtigen Messwagen natürlich auch solche Fahrten durchführen und ich glaube da würde sich dann eigentlich auch schon der Kreis schließen bei den Fahrzeugen ja gut um die 120er eben aber auch dann nur wieder wenn die richtigen Wagen hinten dran hängen genau das wäre es so anbei die 111er in knallgelb habe ich auch letztens gesehen das war auch ein sehr schöner Anblick allerdings leider kein Fotoerrat mit dabei gehabt sonst hätte ich da definitiv ein zwei Bilder geschossen aber die wird mir schon mal wieder entgegen kommen 110 bis gar durch durch normalerweise sind eigentlich auch noch Kabel immer vom Messwagen zur Lokomotive irgendwie vorgezogen aber gerade wenn die jetzt irgendwas an der Oberleitung überprüfen würde es natürlich auch Sinn machen da nicht einfach nur in einem Wagen zu hocken sondern eben wirklich zu gucken stimmt hier oben alles mit der Bewegung des Fahrtrauts über dem Schleifstück also man hätte dann quasi diese Perspektive hier allerdings halt nur von unten also vom Lokdach ausgehend dann eben nach oben guckend und da sieht man jetzt schon ja der Fahrrad ist grundsätzlich da wo er hin soll er hängt genau auf dem Schleifstück oben drauf bewegt sich auch nach rechts und links ordentlich und ja da sitzen dann Leute halt im Messwagen drin gucken ist das alles innerhalb der Parameter wie sich diese darf keine Ahnung gibt es da irgendwelche Unterbrechungen oder ja was kann noch alles auftreten ist die Oberleitung vielleicht sogar zerrissen ist der Strom überhaupt noch auf dem Dach drauf alles solche Sachen teilweise gibt es dann eben auch extra Notausknöpfe die dann da im halben Zug verteilt sind und ja so ungefähr kann man sich das vorstellen stimmt der Anpressdruck zum Beispiel auch wobei das dann eher wieder eine fahrzeugseitige Komponent wäre die da zu prüfen ist aber zum Beispiel hängt hier auch in der richtigen Höhe das ist auch wichtig weil daraus resultiert auch irgendwo der Anpressdruck weil desto höher der Fahrradrad hängt umso mehr nimmt natürlich auch der Anpressdruck ab weil klar das ist halt wie ein Stoßdämpfer wenn der voll ausgefahren ist dann hat er in dem Sinne keinen Anpressdruck mehr der auf jetzt beispielsweise das Fahrzeug wirkt oder auf irgendetwas anderes aber dann ist er eben schon in der Maximalposition wo soll er noch hin wenn er weitergehen würde würde er auseinander fallen und erst dann wenn sich natürlich zum Beispiel der Fahrzeugkasten wieder erreicht wird dann entsteht dann natürlich auch erst wieder die Kraft oder überträgt sich erst in dem Moment auf den Fahrzeugkasten der macht ein Päuschen ganz gemütlich so das müsste doch hier jetzt schon der Weilheimer Berg sein 60er Einfahrt das schreit nach Weilheim Weilheim in Oberbayern wohlgemerkt schön Tennisplatz hier unten Seh daneben oder Teich je nachdem welche Ausmaße und dann nehmen wir schon mal die Leistung raus und lassen rollen so hier vorne wird jetzt gleich ein AV Vorsignal kommen dächte ich ja aber siehe da wir haben erstmal freie Fahrt noch dann wird es über eine LF6 Tafel wahrscheinlich laufen wenn es überhaupt vorne gekündigt wird es könnte natürlich auch sein dass sie sich gedacht haben hey lass uns mal weg einen Kilometer haben wir noch ansonsten würde ich mal anfangen am Bahnsteig anfangen mit Bremsen wenn da jetzt nichts explizit vorsignalisiert wird und da kommt auch scheinbar nichts ja gut hier steht nochmal eine 100 auch cool ja und dann kommt plötzlich die 60 ich meine wir sind jetzt hier nicht bei der Frankfurter S-Bahn wo es dann heißt okay wir können hier auf eine Vorsignalisierung verzichten also in den U-Bahn-Tunneln ist es da teilweise so oder in den U- und S-Bahn-Tunneln sagen wir es mal so weil da eben die Züge zwangsläufig sowieso am Bahnsteig anhalten und da kann man eben teilweise darauf verzichten das Ganze an der Stelle vorzusignalisieren aber das ist halt auch so eine Ausnahme die an der Stelle nur dort existiert oder mir ist ja nur an dieser Stelle bekannt es gibt sicherlich auch ein paar andere Stellen im deutschen Streckennetz wo keine Vorsignalisierung erfolgt gerade auf Nebenbahnen ist das ja ja doch da fallen mir auch so ein paar Stellen ein wo es keine Vorsignalisierung gibt aber auf Nebenbahnen ist es ja grundsätzlich so geregelt dass man da streckenkundig sein muss und ohne streckenkunde geht es da gar nicht auf die Nebenbahn drauf boah geil Weil diese Leistung... Ja, was war da? Da war doch was. Achso, war nur Pflugschar heben oder senken. Ich dachte jetzt schon, da kommt wieder eine 11-6-Tafel. Und wir übersehen sie. Eine Zwangsbremsung pro Video reicht. Mehr brauchen wir nicht. Ja, wo waren wir gerade stehen geblieben? Nebenbahnen. Wie gesagt, da gibt es Stellen, wo teilweise keine Vorsignalisierung erfolgt. Es kann auch Bahnhöfe zum Beispiel geben, wo es keine Ausfahrsignale gibt. Und da ist dann grundsätzlich eigentlich am Bahnsteigende anzuhalten. Ist dann auch in der Regel im Fahrplan vermerkt. Das müsste dann an der Hardhavel sein. Und der ist quasi anzuhalten. Die sind dann auch in der Regel eigentlich, oder sollten, mit einem 2000er vermint sein. Eine Vorsignalisierung kann es durchaus trotzdem geben. Aber dann auch in der Regel wahrscheinlich, ja, einfach durch eine Vorsignaltafel. Aber das sind eben so Feinheiten für Nebenbahnen. Da gibt es noch eine Menge andere. Aber das jetzt alles aufzuzählen, das wäre auch ein bisschen viel. Das ist echt eine stolze Geschwindigkeit hier für die Kurve. Also den Gleisbogen mit so einer Geschwindigkeit zu durchfahren. Holla, die Waldfee. Aber es scheint dafür zugelassen zu sein. So, Vorsignalbarka. Genau, freie Fahrt abraten. Und auf Nebenbahnen ist es ja auch grundsätzlich so, dass du Höchstgeschwindigkeiten für Güterzüge hast von, das müssten 80 sein. Für Personen, beziehungsweise Reisezüge, wäre es dann Fahrmax 100. Und die Höchstgeschwindigkeit eben auf Hauptbahnen in Deutschland wäre für den Güterzug 120. Mit Ausnahmegenehmigung geht auch das schneller. Für den Personenzug Höchstgeschwindigkeit 250. Auch hier mit Ausnahmegenehmigung die Option auf, ja, seien es 260, 270 bis 300 hoch. Das haben wir ja alles schon. Aber ja, auch für Hochgeschwindigkeitsstrecken wird da eben eine Ausnahmegenehmigung benötigt. So, 140. Ja, demnach ist eben auch hier München-Garmisch-Partenkirchen eine Hauptbahn und keine Nebenbahn. Auch wenn es eingleisig ist. Aber eine Eingleisigkeit oder eine Zweigleisigkeit sagt nichts unbedingt über diese Streckencharakterisierung an der Stelle aus. Ob Haupt- oder Nebenbahn. Wobei man davon ausgehen kann, dass in den meisten Fällen wirklich eine Zweigleisigkeit dafür spricht, dass es sich eben um eine Hauptbahn handelt. Ganz kurz an der Stelle die Frage, hat jemand dort irgendwo eine LF6-Tafel gesehen? Also so ein gelbes Dreieck mit einer Zehn drauf. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn derjenige das einfach mal ganz kurz unten in die Kommentare hineinschreiben würde. Am besten mit dem entsprechenden Zeitstempel. Also bei welcher Minute und bei welcher Sekunde. Weil ich habe jetzt echt überhaupt keine LF6-Tafel dort gesehen. Entweder habe ich sie übersehen, das kann sein. Aber ich dachte eigentlich aufgepasst zu haben. Und meine, die nicht übersehen zu haben. Naja. So, wieder auf 140 hoch. Ja, eine Messfahrt von DB Systemtechnik. So, Freifahrt. Vor allem sollte man gerade bei so einer Messfahrt besonders aufmerksam sein. Ich meine, klar, wir sind heute mit regulären Geschwindigkeiten hier unterwegs. Aber dennoch, so eine, ja, überdurchschnittlich hohe Fahrwegsbeobachtung sollte bei so einer Messfahrt eigentlich schon an der Tagesordnung stehen. Ob sich das jetzt auf die Oberleitung bezieht, ob es sich auf den Fahrweg selbst im Gleisbereich unten bezieht. Oder ob es einfach nur die Masten sind oder irgendwelche Sicherungstechnik am Gleis. Und hier schon wieder 110 ohne Vorentkündigung. Ich werde euch ja auch nicht jedes Mal durchreißen müssen. Ich meine, solange hier keine Geschwindigkeitsprüfabschnitte liegen, mag das noch gehen. Aber auch das, das ist doch, das ist doch schade. Wieso stehen hier keine LF6-Tafeln? Die standen doch sonst auch immer hier. Vielleicht hat mir irgendeine andere Streckeninstallation oder so da noch was zerschossen. Das ist jetzt der einzige Gedanke, den ich da habe. Weil davor hat ja auch immer alles funktioniert. Ich weiß, da gab es eine Stelle, ähm, da müssten wir noch vorbeikommen nachher, wo tatsächlich wirklich keine LF6-Tafel stand. Die hat da irgendwie schon immer gefehlt, aber das erkennt man da doch immer wieder relativ schnell. Aber jetzt hier, keine Ahnung, hat vielleicht einer noch die Signale ausgetauscht bei der Messfahrt? Ich weiß nicht. Irgendwie spukts heute. So, in Garmisch sind wir dann schon in, naja, rund 30 Kilometern. Aber 15.05 Uhr, naja, das könnte knapp werden. Ich sehe das noch nicht, dass wir pünktlich in Garmisch ankommen. So, ich hatte gerade schon was im F3-Menü gesehen. 1,8 Kilometer, dann geht es auf 80 runter. Leider sind hier nirgendwo Kilometrierungen angebracht. Aber wir würden dann mal auf halber Wegstrecke beginnen mit Bremsen. Und zwar am liebsten hier auf dem Einfahrsignal. Na komm. Gut, will nicht. Dann machen wir so. So, und die 80 hätten wir. Na klar, geht hier vorne bestimmt ab dem Ausfahrsignal. Eine Vorsignaltafel an der Stelle. Das ist aber ein kurzer Abstand. Das wäre ein sehr, sehr, sehr kurzer Vorsignalabstand zum Hauptsignal. Das sind ja keine 200 Meter. Vor allem, das Signal zeigt eben auch an, dass es ein, äh, ja gut, dass es einen verkürzten Bremsweg hat. Aber so krass? Naja. Das wäre eigentlich was für eine Nebenbahn, ne? Ein derartig verkürzter Signalabstand. So, hier müsste dann auch die Bahnstrecke in Richtung Oberammergau wegführen. Gucken wir mal ganz kurz auf unser Fahrweg hier. Ja, da ist erstmal lange Strecke frei, oder lange Zeit frei. Und eigentlich steht auch hier oben vor dem Bahnhof, äh, nochmal ein schönes Denkmal. Von der E69, aber ich sehe das jetzt hier leider in der Simulation nicht. Wurde wahrscheinlich nicht mit eingebaut. Ähm, und ja eben, nach, ich glaube, Oberammergau müsste es dann hier weggehen. Aber da jetzt keine Garantie drauf. Und eben der Streckenast hier, der aktuell noch zweigleisig ist, der führt gern Garnspatenkirchen. Oh, siehe da. Eine Vorankündigung auf 80. Ja, hier gelten 80. Was, was wohl denn mit einer Vorankündigung auf 80? Macht keinen Sinn. Das nützt hier überhaupt nichts. So, Wiederholer. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu der Thematik, äh, für kürzer Signalabstand oder Vorsignalwiederholer. Der Wiederholer hat das Kennlicht immer unten links. Und der kürzer Signalabstand wird durch ein weißes Lämpchen oben links gekennzeichnet. Vielleicht kann man sich da irgendwie eine Eselsbrücke bauen. Vielleicht sieht man es auch einfach nur oft genug und weiß es dann. Aber eigentlich weißt du es ja schon in dem Moment, wo du, ja, im KS-Signalsystem ein Vorsignal siehst, also auch mit Vorsignaltafel und eben einem weißen Lämpchen dran, dann ist das ja zwangsläufig ein verkürzter Signalabstand. Kann ja kein Wiederholer sein, weil ein Wiederholer trägt keine Vorsignaltafel. Oder sollte zumindest nicht. Bei der Eisenbahn ist alles möglich. Ach so, wirklich. So, kurz auf Geschwindigkeit. Und dann geht es gleich wieder runter. So, ein Kilometer, dann kommen die 80. Und zack. Das genügt. AFB auch auf 80 einstellen. Und dann wieder voller Kraft voraus. Damit hält ja dann die Lokomotive automatisch die Geschwindigkeit. Und da stehen sie. Komischerweise haben auch alle Signale die Bezeichnungen 0,0. Ich habe an noch keinem Signal heute eine korrekte Signalbezeichnung oder eine korrekte Gleisbezeichnung lesen können. Auch hier die weichen Heizungen, die schweben irgendwo im Nirgendwo. Das ist mir noch ein bisschen sehr komisch heute. So, und dann wieder 110 ab hier vorne. Oh, oh. Kollision. Kollision. Keine Ahnung. Der Train-Simulator mag heute keinen Realismus. Ich meine, mag er zwar oft nicht, aber heute ist es wieder sehr extrem. Und let's go. So, aber hier nochmal sehr, sehr, sehr schön aus der Außenperspektive. Mit schönem Gegenlicht. Und das leuchtet uns jetzt direkt an. Und jetzt hier nochmal mit dem Licht. Sehr cool sogar, dass man hier unten mit an dem Trafo die Bezeichnungen dran geschrieben hat. So, grünes Lämpchen. Also geht's weiter. Für den Transporter ganz kurz nochmal Makro geben. So, aber davon jetzt nicht zu sehr irritieren lassen. Da vorne, haha. Das wäre eine kleine Falle gewesen. Ich hab's aber zum Glück gesehen. Okay, es gibt auch keinen Tausender. Okay. So, die 60 haben wir wieder. Runter mit der AFB auf 60. Und Leistung auf. Ich weiß nicht, wer es gerade durch Zufall gehört hat. Aber der Bahnübergang hat gerade einen richtig lustigen Ton von sich abgegeben. Das war dann einfach nur noch gerade so, bing, als würde dem irgendwie der Strom fehlen, um, ja, die akustischen Warnsignale von sich zu geben. Das war einfach so, bing, wie so eine Batterie, die gerade auf dem letzten Drücker noch irgendwie ein paar Elektronen abgibt. So, und hier vorn kam dann gleich die Stelle, die in der Regel nicht vorsignalisiert wurde. In der Simulation zumindest. Dann müssen wir noch bald die Autobahn wieder zustoßen. Ich glaube, das ist hier vorne. Ja, da müsste hier ein Tunnel rauskommen. Oder, an der Stelle wird, glaube ich, die Autobahn zur Bundesstraße. Irgendwie sowas war hier. So, eine Hochsignalisierung gibt es hier nämlich auch nicht. Da ging es dann erst auf 100. Genau, da fährt man die ganze Zeit dann so schön neben der Straße entlang. Und besonders in der Urlaubszeit, da kann es sich wirklich ab dem Punkt hier, ja, da staut es sich manchmal so richtig. Beziehungsweise schon auf der Autobahn, wenn dann eben diese, ja, Verengung eintritt. Also von zwei Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung auf dann eben, ja, Bundesstraßenniveau. Also auf einen Fahrstreifen in den meisten Fällen. Und dann steht man da wirklich manchmal so bis Garmisch-Partenkirchen rein. Oder halt mit sehr stockendem Verkehr. Das ist wirklich so ein richtiger Engpass. Hier unten im Straßennetz. Das ging mir nämlich auch mal so. Da war ich mit dem Wagen hier unten. Und das Problem ist halt, das Auto, mit dem ich gefahren bin, das hatte halt keine Klimaanlage. Das ist halt, ja, es ist halt ein sehr günstiges Auto. Und demnach halt nicht so, ja, komfortabel ausgestattet. Sagen wir es mal so. Und, ja, dann stehst du halt hier wirklich viele Stunden lang in der prallen Sonne. Die scheint dir durch die Frontscheibe direkt rein. Du kommst dir vor wie so ein Fisch im Aquarium. Also wie in so einem Glaskübel. Nur halt ohne Wasser. Und du trocknest wirklich, du trocknest förmlich in diesem Fahrzeug dann aus. Der Fisch hat ja noch den Vorteil, er hat zumindest ein bisschen Wasser um sich herum. Na gut, im Zweifelsfall bildest du dann halt irgendwie Schwitzwasser im Auto. Aber das ist dann schon wieder, ja, brauche ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber jedenfalls, das werde ich so schnell nicht vergessen. Auch wenn das viele Jahre schon näher ist. Aber diese Straße da unten, ja, in Süddeutschland. Die vermeide ich in Zukunft, wenn ich irgendwie in der Urlaubszeit dort entlang fahre. So, ein Hundert und Sechzig. Ah, schön. Mit Vorankündigung. Aber irgendwie ein Gleismagnet bekommt das Signal auch nicht. Also, ich weiß nicht. So, wir stellen uns mal ganz kurz an den Bahnsteig, hier in Oberrau. Total cool. So, die 60 werden jetzt sowieso erstmal längere Zeit gehalten. Dann können wir nochmal an die Außenansicht springen. Das einzige, was mir tatsächlich an diese Lackierung hier nicht so gefällt, ist dieses Flimmern an der Front von den weißen Streifen. Aber ich denke mal, das ließ sich nicht vermeiden. Das wird sicherlich dadurch zustande kommen, dass eben diese weiße Streifen als Extra-Textur da eingefügt wird. Und ich glaube, wenn das zu nah beieinander ist, dann kann der Simulator das irgendwie auf die Ferne nicht so richtig kontrollieren. Dann flimmert das so komisch. Und von München aus bis jetzt hier quasi vor die Tore von Garmisch-Partenkirchen haben wir mit unserem Zug bestehend aus vier Wagen und einer Lokomotive 1030 Kilowattstunden verbraucht und 128 wieder zurückgespeist. Und für diese Physikaliker jetzt unter uns, ja, die Energie wurde umgewandelt. Sie wurde nicht in dem Sinne verbraucht, denn Energie kann ja bekanntlicherweise nicht erzeugt oder nicht vernichtet werden. Und da hätten wir noch so einen Fall. Keine Vorsignale. Ich weiß nicht, muss ich denn hier irgendwie auf Sicht weiterfahren? Oder ist das irgendwo geregelt, wie man vorzugehen hat, wenn ein Vorsignal gemopst wurde? Da kommt nämlich ein Hauptsignal. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was hier heute schiefläuft. Und wir sind gleich da. Es ist nicht mehr weit. Dann möchte ich nochmal ganz kurz heraus aus der Lokomotive. Boah, schön, ja. Auch aus der Vorspektive heraus. Und sogar, sehr, sehr schön gemacht, mit dem RA-12 SO-12 Grenzzeichen. Die wurden aufgestellt und sogar richtig. Nee, ich denke nicht, dass es mit dem, also, dass es am Strecken-Update liegt. Weil das hat ja wirklich davor immer funktioniert. Also, da gab es ja ehrlich gesagt nichts dran auszusetzen. Es muss also irgendwie was mit einem Überschreiben von Latein zu tun gehabt haben. Mit irgendeinem Update, was eingespielt wurde, vielleicht im Hintergrund durch Steam. Das sind halt immer so, ich sag mal, diese bekannten Fehlerquellen. Den Cache werde ich ja nicht schon auch nochmal leeren. Das ist auch so eine Sache. Wenn ihr irgendwie Probleme mit dem Train-Simulator habt. Ich habe es schon mal so ein bisschen versucht, grundsätzlich zu formulieren. Das ist aber nur so eine, ich sag mal, ein Allerheilmittel. Oder so ein, ja, das ist eigentlich kein Allerheilmittel. Aber es ist halt so eine Möglichkeit, mit der man gewissen Fehlern schon mal vorbeugen kann. Dass man eben regelmäßig mal einfach sein Cache leer hat. Dass man die Steam-Dateiüberprüfung durchführt. Das sind so Sachen, die man, ja, grundsätzlich immer machen kann. Und, ja. Aber jedes Problem ist halt individuell. Da lässt sich nicht allgemeine Anleitung irgendwie formulieren. Was nur wichtig ist, wenn ihr ein Problem habt, wenn es die Software selbst betrifft, dann müsst ihr irgendwie DTG kontaktieren. Wenn es mit den Fahrzeugen zusammenhängt, ja, die jeweiligen Entwickler. Das steckt ja quasi auch irgendwo mit im Kaufpreis der Fahrzeuge drin. Und, ja, wenn es eben um eine Strecke geht, den Streckenentwickler. Und wenn es mit irgendwelchen Repaints oder irgendwelchen Updates zu tun hat, dann müsst ihr euch da an den Entwickler jeweils wenden. Also, nicht an den Entwickler des Fahrzeugs, sondern an den Entwickler des, ja, jeweiligen Zusatzinhalts eben. Also, des Freeware-Updates. So, das klingt hier, oder schaut nach der Einfahrt für Garmisch-Partenkirchen aus. Genau. Und so ist es auch. In Garmisch auf Gleis 2 halten wir an. Und dann kommt hier vorne gleich im Gleisbogen das Hauptsignal. So, Halt erwarten. Weiterfahrt mit 50. Und auch hier irgendwie vier der Tausende. Aber, ja, sehr cool. Das Signal reagiert trotzdem. Und hier hätten wir dann auch irgendwie wieder die korrigierte Variante, ne? Die gelbe 218er. Ich weiß nicht. Vielleicht haben sie irgendwie den Skin ausgetauscht. Oder die andere Lok stand zu viel neben der Dampflok. Das kann auch sein. Weil hier die funktionieren offensichtlich. Oder, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die eine Lokmotive vorhin von einem anderen Hersteller war. Ich meine nämlich, dass das die TDB 218er war. Und das jetzt hier dürften die gewesen sein von Virtual Railroads. Wo dann wahrscheinlich kein Fehler auftritt oder aufgetreten ist. Und, ja, das ist die Virtual Railroads-Version hier. So. Türen noch freigeben. Und, ja, dann war es das für heute leider schon. Die Messfahrt ist erfolgreich oder nicht so ganz erfolgreich abgeschlossen worden. Was wir festgestellt haben, dass eben Signale fehlen. Dass Signaltafeln fehlen. Und die Oberleitung, die ist aber zumindest im Takt. Und, ja, der Test wurde erfolgreich beendet. Und du hast nun erstmal Pause, bis es mit der Lok und dem Messwagen wieder nach München geht. In dem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal.